Macron, Marie Le Pen, Macron, 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 das weiß ich nicht. Und für den hübschen Mann, Macron. Mir persönlich wäre die Frau Le Pen lieber. Ich bin für Macron auf jeden Fall. Frau und Marie Le Pen. Macron. Ich denke, dass das Wahlergebnis mit der Wahl von Macron keinen Einfluss auf Deutschland hat, sondern dass es eine französisch-spezifische Wahl ist, also hat in jedem Fall keinen Einfluss auf die Bundestagswahl in Deutschland. Macron. Ich lebe in Europa und ich möchte weiterhin in Europa leben. Ich möchte meine Enkelkinder in Europa groß werden sehen und ich fühle mich wohl in Europa. Ich denke, dass es sehr schwierig ist, zu sagen, wer gewinnt, weil wir werden ja dermaßen manipuliert von den Medien und Macron wird ja sehr, wie sagt man auf Deutsch, hochgelobt. Über die Medien wird es einfach erzählt, dass er natürlich gewinnt, dass er die meisten Stimmen bekommt und so ist es. Aber ob er nun tatsächlich gewinnt, ist, das weiß ich nicht. Ich denke, die Chancen stehen 50 zu 50. Ja, wegen dem Erhalt von Europa. Weil Macron ist ein Demokrat und ist für Europa. Wenn er gewinnt, denke ich, dass die Bundesregierung sich freut. Wir wollen ja weiterhin Frankreich in die EU haben. Weil er pro Europa ist und ich weiß nicht, Le Pen ist mir einfach zu aggressiv in ihrer Art, wie sie vorgeht. Wenn der Macron zum Präsidenten gewählt wird, löst sich alles, löst sich die ganze künstliche Aufregung, die vor der Wahl um die Frau Le Pen gemacht wurde, in ein Wohlgefallen auf. Europa wird gerettet sein und es wird weiter so vor sich hingewascht, wie es bisher auch getan wird. Wenn sie gewinnt, sie will ja aus der EU treten, dann wird es wohl eine mittlere Katastrophe, einfach einen kleinen Super-GAU geben. Und Le Pen finde ich zu radikal. Wenn die Frau Le Pen gewinnt, dann muss sich doch die Bundesregierung warm anziehen. Weil er sehr sympathisch ist und der setzt sich durch und die andere schon ganz linke. Ja, natürlich drücke ich Frau Marine Le Pen alle Daumen, die ich zur Verfügung habe, aber ich akzeptiere natürlich jedes Ergebnis. Ich wünsche, dass Marine Le Pen gewinnt. Sie wird es schwer haben zu gewinnen, aber die Möglichkeit ist da. Die Beste gewinnt, der Beste soll gewinnen, oder? Ja. Genau. Ich wünsche den Franzosen, dass sie die beste Wahl treffen. Also ich denke, dass Macron gewinnt. Warum? Weil er der Demokrat ist. Wir brauchen Europa und Europa braucht uns. Und wir wären verrückt, wenn wir dieses Europa aufgeben würden. Ja. 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 Vielen Dank.